Willkommen zurück zu einer weiteren dreisten Folge Saints Row. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz dreist mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte dreiste Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja, Freunde, Gewinnspiel läuft. Ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen. Für den PC, Playstation, Xbox, völlig egal. Einfach nur kommentieren mit eurem Discord-Namen und eine Bewertung dalassen. Ganz wichtig, und wenn ihr es billiger haben wollt, mein Partner Instant Gaming, der hat es auch deutlich billiger. So, wir müssen hier drüben hin. Durch den L.A. River. Leute, was geht's? Soll ich euch alle erschießen? Anscheinend nicht. Ich darf reden? Was? Ich weiß gar nicht, wie sowas funktioniert. Okay, wir sollen sein Auto demolieren. Na gut. Ja, okay. Nina! Du kannst nicht ernst sein! Noch hast du die Chance zu reden. Munition knapp, das Ding hat nicht mal einen Kratzer. Cool. Ach, wir sollen es verunstalten, oder wie? Aber es sieht ja dadurch immer cooler aus. Nein, das kann doch nicht... Kann das dein Ernst sein? Wir sollen es doch demolieren. Kann ich es auseinandernehmen? Kann ich Sachen entfernen? Warte mal. Antenne. Ohne. Mein Auto! Was machst du? Ah, okay. Ich kann einfach Sachen entfernen. Wow, das ist irgendwie auch ziemlich... Das war meine Grandma's Bumper. So, ich entferne einfach alles, was geht. Auspuff. Den billigsten. Krühlergrill. Du bist nicht mit einem Mannsgrill. Du bist einfach nicht. Okay, okay, ich spreche. Sergio hat dein Auto in die Quarri. Was? Oh, nein. Nein, 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 nein. Wir müssen jetzt gehen. Wir müssen jetzt gehen. Gut. Dreibe jetzt in die Quarri. Ich verstehe. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sergio nicht will meine Auto auspuffen. Er nicht will es sogar verkaufen. Der alte Quarri. Ist das nicht der Ort, wo Kinder von Wehrwölfen gefressen werden? Ha. Der gute alte Steinbruch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt auch noch Wehrwölfe. Ich muss wiederholen. Saints Row, das Spiel, das alles hat. Es fehlt so hart die fetzige Musik, ne? Aber ich kann es wirklich nur im Streamer-Modus spielen. Ich wünschte, wir könnten hier ein bisschen Mucke ballern. Würde wahrscheinlich die Scheiße ein bisschen geiler machen. Äh, Nina, wäre ganz gut, wenn du die Setup doodeln würdest. Oh shit, wir haben ja nur zwei Minuten. Wow, 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 wow. Aber ich muss auch überleben. Wie weit ist der Steinbruch denn noch weg? Oh Gott. Oh no, Alter. Aber ich glaube, hier sind wir erstmal los, ne? Bitte sagt mir, dass wenn wir da sind... ...bei dem nächsten Punkt, dass wir es geschafft haben. Weil sonst wird es langsam tight. Das Ding hier ist so zerdellert. Das ist so zerdellert. Das ist so zerdellert. Das ist so zerdellert. Meine Familie ist so weit entfernt, du weißt? Es fühlt sich, dass ich eine Teil ihrer mit mir behalte. Sie hat nie jemanden mit dem Auto fahren. Wer? Meine Mutter. Aber als Kimo hat ihre Woche gemacht, habe ich ihn um. Ah, fuck. Ich versuchte, dass ich diese Fahrzeuge vornehme. Er hat mich vertraut. Los geht's, wir können immer noch mit ihm anrufen. Nein, Sergio wird mit meiner Familie schlafen. Ich werde mit ihnen schlafen. Tja, die Lady ist wütend. Die Lady ist wütend. Die Story hat echt Tiefe, ne? Die hat echt Tiefe. Also wer auch immer das geschrieben hat. Verdammt warst du gut, Alter. Das Auto ihrer Mutter. Aber dann kommt der Twist. Sie hatte Krebs. Und deswegen ist dieses Auto nicht nur ein Auto. Es ist was sehr, sehr Emotionales. Das ist halt so ein richtiger Geniet-Twist. Ja. Ich habe einen Plan. Aber ich brauche dich, um mich in die Scorpion-Faktorie zu kommen. Das ist Panteros HQ. Gib mir einen Moment. Gib mir einen Moment. Du hast es. Du kennst mich an den FBs in Mercado. All right, let's go. Vergießen wir Blut. Mehr Blut. Viel. Mehr. Blut. So, wir gehen wieder hier lang. Drive wie ein Profi. Total Professional. Das war auch Professional. Das ist jetzt nicht mehr so Professional, weil er klebt an mir. Ja. Die Story ist halt wirklich raffiniert. Einfach raffiniert. Diese ganzen Twists and Turns and Turns and Twists. Du denkst dir so, Oh, okay. War nur eine dämliche Automission. Bababum. Nein. Es war emotional. Es war tief. Es war deep shit, man. Very deep. So, hier ist ein Klamottenladen. Huh. Come on, man. Aber hier gibt es immer noch so Cowboy-Klamotten in der Gegend, wo wir jetzt gerade sind. Die turnen mich irgendwie nicht so an. Alles klar. Was ist das hier? Ich war es diesmal nicht. Ich war diesmal nicht in diesem Irrsinn involviert. Leute. Ich bin unschuldig. So. Wir sind da. Ich habe also ein bisschen nach Schnellreise geguckt. Es gibt schon Schnellreise. Aber sehr, sehr wenig Punkte. Hauptquartier ist, glaube ich, eins und Rimjob. Das war's. Mehr Schnellreise gibt es im Moment noch nicht. So. Du sagst, du hast ein Plan. Ja. Ich werde alle ihre Fahrzeilen und zerstören die Forge so sie nicht mehr machen können. Uh. Wie genau? Heute ist der erste Wednesday of the month. Barbeque Day. Jeder wird außerhalb für Essen. Die Faktoren wird fast gesperrt. Except für die Fahrzeilen. Wir kommen in, gehen durch die Garage, torschen alles mit wheels. Du schaust von jemanden, die wir versuchen uns zu verhindern. Dann, wenn wir nach der Forge sind, ich weiß, dass die Oxy-Acetylene tanken für die Weldung ist. Das ist das Explosive als fuck. Du sie aufhörst, während ich die Tanks direkt nach ihren Hals. Boom. Kein mehr Forge. Verdammt. Das ist ein Plan. Das Beste ist, Sergio ist auf einer Erkrankung. Nachdem er sogar über ihn hört, wird es zu late sein. Fies. Absolut fies. Aber hey, ich bin bei einem guten Bums immer dabei. Ich versuche, einen Helikopter aus der Arial-Gun-Range. Das was jetzt? Es ist ein Touristisches. Sie rennen Helikopter mit Maschinen-Gun-Turt. Dann fliege sie über den Dessert und schiebe. Ich weiß nicht. Was, was da drin ist, um zu schieben. Das ist für fucking real. Ich weiß, oder? Okay. Wenn ein Tourist-Helikopter mit einem Helikopter mich in der Faktor kriegt, egal. Ich weiß auch nicht, dass ich einen von einem von einem kaufen könnte. Aber seine Zahl ist ziemlich hoch. Moin. Ich leih mir mal den, ja? Hey! Du brauchst einen Ticket! Finde ich gut. Knie. Braucht man nicht. Herz dagegen schon. Lebenswichtig, habe ich gehört. Ich habe mal irgendwo diese merkwürdige Information bekommen. Ohne Herz kann ein Mensch nicht überleben. Total verrückt. Ich weiß. Aber... Wow. So. Okay, Raketen sind schon mal eher so mein Ding. Warte mal. Das ist hoch. Das ist runter. Guck mal, hier ist noch Musik. Warum haben sie nicht ein bisschen mehr Soundtrack drin? Auch so während den Fahrten. Ich meine, so schlecht ist der Saints Soundtrack nicht. Der war schon immer ganz in Ordnung. Finde ich. Alter, guck mal, die haben so eine riesige Fabrik und alles. Und trotz allem sind das nur kleine... kleine Bees. Wow, wow, die haben auch Helis. Aber wir haben den geileren Heli. Nämlich einen Touristen-Heli. Kann ich das Ding zum Explodieren bringen? Leider nicht. Schade. Hä, die Steuerung ist ein bisschen... clumsy. Ha! Serve sie richtig! Also wir müssen alles vernichten. Wir müssen alles ruinieren hier. So, der macht Bombs. Martin Mühle da drüben ist es schwer zu treffen. Wow, 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 wow. So, der ist auch erledigt. Du, 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 du. Warum bist du da hinten unzerstörbar? Jetzt, endlich! Ah, sollen sie ruhig. Die haben denn vor King Healy. Alles, was du willst, mein Herzblatt. Da willst du sie alle tot sehen. Easy. Alter, die Helis halten ja gar nichts aus. Unser Ding ist wieder so unzerstörbar. Ich sag ja, die Fahrzeuge, die du fährst, sind nahezu unzerstörbar in dem Spiel. Ich meine nicht mal ansatzweise. Guck mal, wir haben vier Balken. Wir haben vier Balken. Und der vierte ist nicht mal ganz bei der Hälfte. So. Butterweiche Landung. Als ob. Wie? Wie? Wie hat er das denn gemacht? Und dann noch so ein verdammtes Rohr. Schau mal vor, dass es wirklich ein Rohr, das gerade durchgeht. Alter, das war nice. Das war very nice. Bam. Ich mag mein Cowboy-Outfit. Das hat was. Okay, wie können wir die alle zerlegen? Klassisch mit einer Granate. Die Schmiede. Die Muskelschmiede. Ich muss schon sagen, diese Fahrzeuge so loszuschießen, dass sie da durchblitzen, das sieht schon ganz nice aus. Das ist schon ganz Twiggy. Bitteschön. Alter, er überlebt eine Granate. Whatever. Ever. Yes. Du da hinten. Ich brenne. Hot burns. So, who's next? Boah, ich hätte eben gerade so schön mit dem Fass wegholen können. Au. Ja, bitteschön. So, ich brauch ein bisschen Heilung. Jeehaw. Ich sag ja, dieser Cowboy-Style, der passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. So, ich muss mir unbedingt Waffen holen. Man sammelt ja hier wirklich keine ein. Man muss sie kaufen. Zumindest mal ein bisschen was. Obwohl die Pistole eigentlich ganz nice ist. Du schießt mir so sexy ins Gesicht, Kies. Immer wieder gerne. Was ist das denn hier? Bazooka? Hab ich nicht. Alter, die Wunderschmiede. Kannst du alles bauen. Könnt uns dann nach der Laden wenigstens. Oh Mist, der ist gepanzert. Jetzt nicht mehr. Oh, der war schön. Es gibt ein paar coole Finisher. Und es gibt auch echt viele, Schein. Ja, bin ich auch überrascht. Der war nämlich echt saftig. Kollege. Ich glaube, das wird besser sein. Komm mit mir in der Kontrolle. Ich werde die Kräne brauchen. Kräne? Dein Plan nicht hat eine Kräne. Ich muss mich auf die Kräne brauchen. Power up die Konsole. Es funktioniert nicht. Schein, du musst aktivieren die Junktion. Es ist da, neben den Oxy-Asetalien-Tank. Okay. Nita, was ist die Spiel hier? Keine Zeit, um zu erklären. Du mir glaubst? Das stimmt. Dann mach es. Ja, komm. Noch mehr Klone erschießen. Noch mehr Klone erschießen. Was machen wir heute in Saints Row? Noch mehr Klone erschießen. Noch mehr Klone erschießen. Later, Gator. Ja, bin dran, bin dran. Läuft, läuft, läuft. Wenn der doch nur ein bisschen besser fliegen würde. Ich nehme Cover. Cover ist Schmutz. Take lieber Bullets. Alter, was war das denn gerade? Wie viel Schaden hat die einen da hinten gemacht? Boah, irgendeiner batscht hier richtig fies rein. So, was nun? Es geht immer weiter, ne? Es geht immer weiter. Er hat gesessen, du. Hey, Lenny Kravitz. Nicht heute. Boah, dieser Hammer. Dieser üble Hammer. Was ist das denn jetzt? Molly? The Pain Zone? Boah, die ist richtig stabil. Smells like Barbecue. Ah, Mann, die greife ich aber ab. Absolut nicht. Alter, jetzt noch zwei von denen. Wollt ihr mal das? Sendorita Boom Boom. Gott ist die Böse. Was machst du denn, Nina? Das ist für dich, Mama. Hot damn! That was me, Levels of Crazy. Now, what was your exit plan? Ich hab hier einen Hammer, der geht nur 13 Mal noch. Elf Mal. Okay, ich kann auch so einen Move hier. Aber, die zerlegen bis, bis ich an die rankomme, ne? Uh, nicht gut. Munition knapp. Komm. Sammelt euch. Sammelt euch um den mächtigen Hammer, ihr Kinderlein. Fünf Schuss. Quasi. Hammerschuss. Boah, ja, bitte. Ich komm nicht rein. Oh, lecko mio. Die Schmiede. Trash-Testwagen. Freundschafts-Kampfbonus. Und ein Heli-Platz im HQ. Friendos, wenn ihr da draußen mich ein wenig supporten wollt, einfach nur Bewerten und kommentieren. Ansonsten, Gewinnspiel. Na, ihr wisst Bescheid. Auf Wiedersehen. Und tschö.